Hundertprozentig, hochprozentiges, finden die Kunden im Kaufhaus Tirol bei Magic Drinks of Tirol. Im einladend modernen Shop herrscht vielleicht deswegen auch immer gute Stimmung. Das auf jeden Fall. Stimmung ist immer da. Alkoholische Spezialitäten vom klassischen Edelbrand aus Marille oder Birne, über feine Liköre mit Nuss oder Kräutern bis zu himmlischen Creme-Likören mit Schoko- oder Kokosgeschmack. Insgesamt finden sie hier über 40 Spezialitäten. Es gibt alles, was die Aromapalette hergibt und alles kann verkostet werden. Die Kunden haben die Möglichkeit, unsere Spezialitäten zu verkosten. Wenn diese dann zusagen, gibt es die Möglichkeit, individuelle Flasche auszusuchen. Wir haben Sternflaschen, Mondflaschen, alles Mögliche bereit. Dann füllen wir ihnen das gerne ab und dann wird es handschriftlich nochmal beschriftet. Somit hat jeder Kunde ein eigenes Unikat. Gerade deshalb sind die verschiedensten Essenzen auch als Geschenk sehr beliebt. Auf jeden Fall ein super Geschenk. Die Auswahl an dekorativen Flaschen ist riesig und der Inhalt ist 1A-Qualität aus Tirol. Werden alle in Tirol produziert, bis auf die internationalen Spezialitäten. Wir haben eine Destillerie in Brixleck, wo die ganzen Destillate hergestellt werden und veredelt werden diese dann in Kremmerten in Tirol. Magic Drinks of Tirol. Bei Ihrem nächsten Besuch im Kaufhaus Tirol unbedingt selber einmal probieren.